Ja, willkommen, mein Name ist der New LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Kieronikels. Ich kann meinen Stick hier schon wieder nicht bewegen, verdammt. So, in der letzten Folge haben wir, ähm, ja, übelst gefällt, weil ich irgendwie zu doof war und so und wir machen jetzt weiter. Wir sind in Capit Life in der Marbury Shore. Ich sehe gerade hier einen ganzen Haufen von der Cutscenes, aber ich glaube nicht, das hat sich alles für ein Part reicht. Deswegen fangen wir jetzt mal an. Parallel on the Coastline. Ich weiß nicht, was Parallel ist, aber küste. Irgendwas mit Küste. Okay. Hoffentlich in dieser Folge mit etwas weniger Fails, das wäre sehr schön und gut und nett und ja. Es ist so verdammt warm, ey. Jetzt hat sich die Sonne dabei gedacht. Vielleicht mal irgendwo den Ton machen. Ich höre mich gar nicht, ich spiele meine Fernbedienung jetzt gerade nicht, also egal. Ha, ha. So, ich habe nicht mitbekommen, was er jetzt gesagt hat, aber wird schon nicht richtig sein. Ja. Ich weiß, dass es schon mal die Körne geführt wird, wenn es um den Körner drüber angeht. Ich weiß, dass das Körner herrschluss wird, wenn es um Körner zu erdeckt ist. Es ist ein Körner ist, dass der Körner von der Körner auf dem Körnern kommt. Ich weiß, dass es nach dem Körner zu gehen ist. Wir sind unter dem Körnern, die Körner zu gehen, um sich zu erzeugen. Das ist ein Körner, der Körner von der Körner in der Körner, die Körner zu zeigen. Aber wir haben da einen Körner herrschluss, als erzielt. Klingt doch nicht so schlimm. Das heißt, wir werden alle sterben. Das heißt, wir werden alle sterben. Wir schicken einfach die Panzer vor. Wenn wir das, wir werden alle sterben können. Das heißt, wir werden alle sterben. Ach, da ist echt ein Fest irgendwie morgen. Ja, ja, ja. Das heißt, wir werden alle sterben. 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 Und was ist denn? Das heißt, wir werden alle sterben. Ja, das heißt, wir werden alle sterben lassen. Okay. geht das hat jetzt aber nicht unbedingt besser gemacht so haben wir noch zwei optionale alicia geschenken wir gehen uns natürlich auch an dann kriegen wir doch den ganzen party und mit katzins gefüllt was heißt keine action für euch tut mir leid tauchen einfach unter die berge durch so wie man jetzt mal nicht wie ist das hat man hat man ja ja das ist wirklich ich will ich will das ist ich will schmetterling oh gott nicht die gleiche schmetterlingsart wie die flügel von aus bravely default na ja darauf mich jetzt nicht so weiter hinausgehen aber es ist ein komischer zum fall bravely default kommen wir in eine wand ich habe ich habe ich habe ich habe Das war's für heute. Okay. Okay. Du hast nichts für die Wacken. Okay. 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 verdammt ich muss ja einmal passiert ist ich drücke den dialog bekannte so süß oder morgen day of tomorrow so aus wie die werkstatt ein bildchen ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Das heißt, dass die Dalkus-Sin alle zusammenleben, dass es schwierig ist, ob es so schwierig ist. Also, dass es nicht so schwierig ist. Es ist gut, dass es gut sein. Es ist nicht so einfach, dass es nicht so schwierig ist. Aber es ist nicht so schwierig. Ich glaube, es ist ein Problem. Ja, das ist es. Aber es wird nachher schnell. Oh, das ist jetzt so. Ich habe mich auch daran gedacht. Ich habe mich daran gedacht. Ich weiß nicht, dass ich das mit dem Karten erzähle. auch mein gott der zweites oge ich habe übrigens immer noch nicht noch kommt hat die stimme von sanji ist aber ich bin mir relativ sicher so isaras commitment ich habe keine ahnung was das bedeutet nun kommen wir nur wörter die ich nicht verstehe ist ja so als weil das in einer anderen sprache ich tue am besten japanischen text was ist denn das plan wollen wir natürlich alle damit wenn ich sterben also im Was ist das? Fertig? Es ist eine neue Art von Fertig. Es gibt keine Überraschung, aber ich werde es überraschend werden. Wenn ich in der Fertig, kann ich nicht sehen, kann ich es nicht sehen. Herr, ich habe es in der Nacht gemacht. Ich bin... Ich liebe die 7-Fertig. Ich liebe euch alle, Alicia, Roji, Largo, Zaka, Nii, und Hans. Ich will nicht mehr sterben. Wenn ich euch alle, wenn ich euch ein wenigstens behalte. Isara... außer die dumm random irgendwie in diese rauchbomben reinfeuern das wäre nicht schön wir haben 15 minuten wir sagen ich mache hier einen schnitt es war jetzt nichts passiert außer diese fünf cut scenes aber naja dafür umso mehr action im nächsten part ich bedanke mich deswegen herzlich fürs zuschauen und wir sehen uns in der nächsten folge ja